Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum weiteren Banger. Wir nehmen mal Parallel für YouTube auf. Raid, Raid hat die zweite Applikation Instant Approved? Also Instant... Instant ist, glaube ich, das falsche Wort dafür. Aber ich habe ein paar Anfragen gestellt. Hilflich wurde entführt vom zweitbesten TFC-Spieler zum Besten. Ja, 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 ja. Ich denke auch, ach, guck mal, wir haben sogar gewonnen. Aber nur Scheißportale aus meiner Sicht. Kannst nichts machen. Was noch mit Shurima Rise? Das ist immer noch der Wirbelsturm. Den sieht man so selten, ne? Ach, da einfach so mal wieder. Danke dir, Mann. Oh, Graves, ganz normale Animation, würde ich sagen. Macht doch kein Test-Ride, ne? Das sowieso. Johnny, was glaubst du machen eigentlich die Junger-Nurse im nächsten Patch? Keine Ahnung, Mann. Also Leak-PBE-Stuff schaue ich mir nicht immer erst an, wenn es soweit ist. Was haben wir? Electric. Electric 4 wurde verändert irgendwie, ne? Stunt länger oder so ein Scheiß. Wir haben Off genommen. Das heißt, wir sollten sechs Traits erfüllen gleich. Und einer davon sollte Ionia sein, weil Ionia-Emblem sich einfach extremst gut anfühlt. Also wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, wir spielen Irelia. Ja, Shurima würde ich auch spielen, also Renekton und dann Probably Kale, ne? Oh, wir könnten jetzt auch... Das sind acht, ne? Könnten acht Traits in der PvE-Runde haben. Bei Tomb of Traits ist es ja so, dass du Tailor-Traits haben willst. Und davon haben wir jetzt einen mehr. Ja, ich habe auch einen guten Void-Start, actually. Aber ich finde Void echt disgusting. Ah, was würde ich davon spielen? Strategies würde ich probably spielen. Dann machen wir ein bisschen Limit-Test das hier. Broke will ich eigentlich nicht spielen. Ionia würde ich spielen. Aber wir kriegen jetzt zwei Tailor-Traits. Minit-Room-Of-Traits. Gunner hätte man sogar eigentlich spielen können, I guess. Shurima oder Strategist? Probably Nasus Azir und dann spielen wir Strategist, ne? Probieren wir es. Ne, jetzt nicht so der Mega-Believer von. Oh, ich finde kein Board, ne? Da kickt die Müdigkeit langsam. Ist das mein Board? Das ist ein bisschen cringe. Kein Pitroir mehr. Wo ist Mercenary Johnny hin? Ja, Pitroir ist leider... Also, fairerweise weiß ich gar nicht, wie schwach Jinx Jace jetzt ist. Aber Pitroir wurde halt, glaube ich, sechsmal in Folge genervt oder so, ne? Es war auch immer, nachdem es genervt war, dann doch noch okay. Aber ich dachte auch immer, dass es das nicht mehr ist. Was ist das eigentlich für ein Fight hier? Oh mein Gott. Rexa ist einfach in der Ult gestorben. Wie grausam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mein bestes Board ist, oder? Schon ein schlechtes Board. Also, was wir spielen könnten, wäre das. Short most damage. I don't know. I think this is doomed anyway. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damit Windstreaken können. Oh, der hat gar keinen Rogue, ne? Okay. Äh, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, ich sehe nicht Gründe, dass Dranken per 2, ne? Ja. Ah, push mir fünf. Götte ja auch. Ja. Ich würde hier 5 pushen Ich kann Strategies 3 nicht einschätzen Bin ich ehrlich Aber 400er Schild Das sollte ja wohl hoffentlich irgendwas machen Und ich finde Shurima 2 Auf einem Renekton mit Bruiser Buff Eigentlich auch immer solid Die Rogues sind nicht in meine Backline gejumpt Das kann ich wieder, falls sonst ausgegangen wäre Ich weiß ehrlicherweise auch nicht ganz, warum sie nicht in meine Backline gejumpt sind Weil ich habe ja nicht gegen Rogue aufgestellt Ja Zwei Atems immer, ne Ja, tatsächlich ist es ja so, dass man Also hier nicht mehr so gerne mit Rage Bait spielt Wir müssen Static Bauen für Early Windstreak, ne Ich glaube, ich hätte Static Sunfire spielen können Aber spielt eher Silco hinten raus, ne Alles noch ein bisschen Wischiwaschi in meinen Kopf Aber wir probieren es mal Ich denke, wir müssen jetzt unsere Bank aufgeben Gleich Swain 2 Auch Swain 2 War aber rough Sehr rough Ich glaube, das Up ist vorbei, ja War aber sehr cool Und gerne wieder Aber Soda ist einfach ein vielbeschäftigter Mann Aber ich werde ihn immer mal wieder in die DMs leihen Und ich finde es auch immer völlig okay, wenn er sagt Boah, nee, aktuell nicht Aber vielleicht ergibt es das ja nochmal Ist halt auch ein weirder Modus, ne Ich meine, es bringt Soda ja nichts Vor allem muss man auch sagen Die Runden waren ja gigafree, ne Also Er ist natürlich auch Da zieht es halt kein Learning oder so raus Wenn er wenigstens halt irgendwas Absurdes spielen könnte Um für die Tierlisten ein bisschen zu scouten oder so So, aber das kannst du da ja eigentlich auch nicht ernst nehmen Ist das hier Wei über Rek'Sai? Gegen Armour-Shit? Doesn't matter, ne? Das ist echt ein Problem Wie spielt man das vom Positioning her? Man spielt Renekton hier, ne? Renekton außen Rek'Sai da Und dann in der Hoffnung, dass Renekton außen rumrennt oder so? Okay Cutter-Buff Into Loose-Trick Kenn ich gar nicht so Naja Spielen wir nicht Äh Lass mal an Endboard Lass mal ein bisschen über Endboard nachdenken Ich würd gern Stranges 5 spielen, ne? Weil ich persönlich den Jump von 4 auf 5 eigentlich attraktiv finde Ist ja auch 120 AP mehr Ich find der Jump von 3 auf 4 ist ja nüchtern, wenn ich das so sehe Sind 175 Schild mehr? Und der Jump danach sind 275 Ist ja auch nur 10 AP mehr Hm Hm Okay Na gut Weiß ja nicht, wofür man's brauchen kann Niko-Pair Niko-Pair Ah Da wurde ich mal krass belohnt Ich bin ganz schön schwer die ganze Zeit aufzustellen, ne? Die haben irgendwie alle Aber die Idee ist, dass dieser Electric Der Stunt ja mit seiner ersten holt Das heißt, der soll halt nur Renekton hitten Deswegen darf quasi niemand neben Renekton stehen Was ein bisschen awkward ist Für das Positioning Aber denk ich schon richtig Hat der in Mordekaiser gehyrollt Aber ich hab tatsächlich MF-Items gehyrollt Es gab doch mal, äh MF 3, Bilgewater, ne? Also Bilgewater, Strategist, Azir Boah, ist das Level Up? Kann man schon spielen, ne? Ich hab leider gehntet Ich muss ja MF spielen Aber ich hab zu lange gebraucht dafür Ja, jetzt kenn ich mich tatsächlich Also ich spiel selber Level Up basically nie Aber ich würde einfach sagen Wir geben unseren Windstreak jetzt anyway ab Weil ich in 3-2 nicht genug Stärke gewonnen hab Wobei Casio 2 auch einfach illegal strong ist, ne? Der Renekton 1 Auch einfach Sachen macht Oh! Ich lag aber auch krass in dem Files Ich würde eigentlich gerne Noxus-Unit rein spielen Aber es ist anyway ein bisschen spät dafür Mhhh Ja Wir können ja jetzt so ein super duper Late-Game-Line-Up spielen, ne? Mein Azir, Javan, Nasus ist eh neben Super-Board drin Ich hab einfach den ersten Klick schon gefettfingert Ich hab einfach den ersten Klick schon gefettfingert Ich hab einfach den ersten Klick schon gefettfingert Aber es ist gar nicht so weltnah Ich hab übrigens meine Weide nicht drin Ich hab übrigens meine Weide nicht drin Ich spiel die ganze Zeit nur gegen Bildsporter und Dings Und Rogues Weide Lobby Ganz wenig Ionia gefasst bis jetzt So, was muss ich spielen? Ich muss spielen Swain MF Javanazir Ich kann auf jeden Fall schon mal Nasus locken Nasus spiel ich dann auf jeden Fall auch Oh, ich sollte vielleicht kurz über meine Items nachdenken Äh Wollte ich natürlich auch haben Wollte ich mir aber auch nicht zu viel Ansehen sehen Okay, das heißt, das spiel ich Dann spielen wir immer Arthrox Dann könnte man Gangplaying Nautilus Für Bildsporter spielen Und spielt dann Warwick Silko Wär schon ein krasses Level C im Board, ne? Würde ich irgendwie schon fühlen Aber bis dann wollen wir eigentlich immer nur steckstes Board spielen Ist halt nur total nerviges zu finden Das war's zum Beispiel jetzt glaube ich gar nicht Ja, vielleicht können wir ja auch einfach einfach hart Legendaries einspielen ohne groß zu denken Weil ich könnte in der Theorie einfach alle Legendaries spielen, die Arpi brauchen Was wenn ich so drüber nachdenke, auch echt viele sind, ne? Dann wäre es einfach Rice Arpi Könnte man hier sogar Cassante Shen spielen Naja, wie viele Legendaries man in dieses Lineup kriegt bevor es cringe wird Aber wäre schon schick, ne? Mal gucken Ich glaube, du machst ja rein spielen, das ist eher nicht Aber ich glaube, ich über kompliziere das hier auch wieder für mich nur Ja, ist es Rabadons Zeitfach? Kann man schon machen, ne? Glaub ich, die sind Lazy Items Ja, ich weiß nicht, ob man hier Strategies 5 auf jeden Fall durchziehen muss Aber es fühlt sich einfach gut an Ich krieg halt Buildsport nicht so richtig rein, glaube ich Du musst halt Nautilus spielen dafür Also Gangplank kriegt man halt auf jeden Fall rein Aber Nautilus fühlt sich halt dann weirder an Okay, Cassante ist einer der angenehmsten Item-Holder im Game, ne? Also für Zier Ist ja einfach so strong Ich meine, es sind 5800 Damage von einer fucking One-Cost-Unit Auf Level 10 Bronze-Ticket spielen Ist schon frech, ne? Recomp 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 für zwei Legendaries Nut sich nicht, ne? For great science Fremium Ja, weiß du nicht, welche Heimatürme, ne? Wir könnten den neuen Heimaturm probieren Die sind super Laser. Aber ich glaube, Triple Mechano ist wahrscheinlich einfach besser. Ich habe schon Static, das heißt der Magic Damage geht eh schon durch. Goldenator wäre natürlich sehr frech hier und auch sehr geil, wenn wir es durchkriegen würden, aber ich glaube einfach nicht, dass wir es durchkriegen. Ich glaube, dieser Laser ist vorhin cool, wenn du irgendwie noch Invoker machen kannst oder so einen Blödsinn. Das hier ist der neue. Was darf hier weg? Nichts. Es ist tatsächlich einfach nur oben drauf gekommen. Die Strategies, fehlt immer noch Aziah. Wir werden auf jeden Fall nicht vor Level 9 rollen, wir haben 72 AP. Ich will auch erst Level 10 rollen, aber ich weiß nicht, ob ich das darf. Ne? Aber ich muss echt sagen, Cassio räumt so viel noch ab. Echt frech. Gerade haben wir auch wenig auf dem Board, was sinnvoll ist. Und auch ich dazu sagen. Ah, ich habe meinen Fehler gar nicht gesehen, aber man spielt hier Nasus Nautilus über Siege und Renekton, pretty sure. Ja. Ich glaube, man kann ja einfach den Nasus mitnehmen, ohne groß nachzudenken. Und der Rest wird dann schon irgendwie wehren. 24 Quad bis 9. Jetzt können wir, denke ich, noch chillen. Ich blicke, ob ich den Renekton halte für einen Fall, wo ich Sein spielen will. Aber Noxus so spät zu spielen, nutze ich eigentlich selten. Resten wir mal. Rommock, Stoneplate, MF mit Strategies, Debuff. Wird leider im Nachhinein in der Backline besser gewesen gegen Rogue. Ah, kann man ja nicht wissen. Okay. Niederlagen wäre ein bisschen teurer, aber wir müssen leider noch eine nehmen eigentlich. Aber wenn man hier schon, glaube ich, zumindest 9 hättet. So, ein 10 wären 56 Gold, ne? Schon machbar. Ah, Seer Hit wäre langsam mal cool. Den vermisse ich echt. Dann Items auf Nasus auf jeden Fall. Okay. Triple Mecha. Triple Mecha. Wenn hier eine TF-Cut in die Backline fliegt, ist das Ende, ne? Wer one-shotted. Oh ja. 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 Das ist so awkward, alles. Da mache ich einen Refresh Wie ein Pronkster Ticket, ne? Awkward Ah, ich glaube, ich habe zwei Runden zu früh All-In, ne? Wäre der gar kein Geld mehr haben Und das ist, als hätte ich auch nicht mehr so viel HP, ne? Schwieriger Spagat Es war jetzt sehr schwer, die Upgrades zu hütten Ich überlege, ob ich Heimer droppe Weil die Upgrades kann ich eigentlich nicht hütten, ne? Dafür fehlt mir das Gold Ja, ich könnte Heimer rausstellen wegen Dings, aber Bis jetzt wollte ich gerne einen Meccano Swarm haben, weil ich noch keine Heer Reduction habe Ich habe mir deswegen nicht rausgenommen Aber I kind of regret it, not gonna lie Alter, ich hätte fast gegen jemanden verloren, der Level 6 ist What am I witnessing? Dicke, das ist es, ne? Was ist das? Vier Juggernaut, drei Bildsportler, zwei Shurima, zwei Sorcerer, Darkin Ich denke, das sollte mein Board sein Es ist halt die Frage, ob man Noxus 3 halt unbedingt noch spielen will Gameplay ist Ranged Gameplay ist je nachdem, wie man ihn stellen will Kannst ja entweder Front-Rows stellen, dann ist er Melee Oder Back-Rows und dann ist er Ranged Aber ein bisschen Cringe Der Back-Sit-Temp Der Blue ist es, actually Der Blue ist es, ja Geht doch irgendwas Besseres? Ich glaube nicht, ne? Vierer Juggernaut ist auch gut, weil er Nasus hier tatsächlich die Kohlen aus dem Feuer holt Kann man noch einen besseren spielen? Maybe Passiert doch nicht mehr viel Das ist immer ein Free-Roll gewesen War das schon? Ich würde Gangplank halt so aufstellen, wie ich es nach den Back-Line-Units Sinn mache Aber nach den Items Sinn mache Das finde ich irgendwie halt ein Sweet mit Thief's Grove Aber ich glaube, hier ist tatsächlich das Problem, dass ich wegen Strategies so viel AP kriege Ich glaube, dass er immer Back-Line sein sollte Boah, ist aber auch eine kranke Lobby, ne? Also wirklich sehr close Da war sehr, sehr knapp alles Wait, gibt's hier Ne, gibt's keinen Ja, irgendwelche Two-Star-Units wären es mal, ne? Na, jetzt hat er sowas Aber wir haben halt Basically alles Monster, ne? Jetzt hat die Frage, ob Bildschworter wirklich was macht Ich traue mir nämlich nichts Weil es ja auch nur auf Yous' Us' Units ist So lange Gangplank nichts weiß Ach komm, ich muss trotzdem Back-Line jetzt Das heißt Nautilus droppen, Warwick droppen Und dann nochmal zwei Legendary spielen Oder Morde und Sion, maybe Nasus, baby, alter Maschine Hits water damage Aber es ist es einfach nicht, ne? Yeah Okay Warte mal nicht sicher, ob ich das nochmal auf ein anderes Item haben will, auf einer anderen Unit. Aber ich glaube, es ist tatsächlich mein Schlusswort, ne? Ich habe schon das Gefühl, dass Morde besser wäre, weil ich so viele Items auf meine Artrocks gebe. Also in meiner Vorstellung war Gangplank halt irgendwie mega cool, weil wenn er starke AD-Items hat, stelle ich ihn nach vorne, wenn er starke AP-Items hat, nach hinten. Aber ich habe das Gefühl, dass er tatsächlich vorne sehr wenig macht, ne? Also der hat jetzt ein ziemlich perfekt Fight, macht 1700 Damage. Das hat echt nicht so wahnsinnig viel. Wir... Will ich Ionia jetzt vielleicht noch einspielen? Vorne auch genervt und hinten gebackt, ja. Trotzdem schade so, ne? Die Idee ist ja voll cool des Champions so an sich. Da kam gerade der QSS-Buff von meinem Gangplank, also wenn das Schiff kommt, dann sind ja alle eure Units CC-Immun. Kam, glaube ich, perfekt und hat die Jav-Node instant interrupted. Ah, ich glaube nicht für den LMF, ne? Ja! Ich stelle jetzt halt echt die Frage, ob das Wurf ist, aber ich denke schon, ich stehe hier übrigens die ganze Zeit im Cassante-Winkel, ne? Ne, das ist der Cassante-Winkel. Also ich glaube ein GTR-Belweb 2 statt Warwick. Alter, also ich weiß es, ich weiß es nicht. Ah, ist das einfach so krass? Juggernaut 4 fühlt sich dann doch immer wieder Wurf an. Bridgewater 900 Damage. Ja. Kann man machen. Das ist sehr witzig. Dann machen wir das so. Dann wird hier ne schöne Beetsporter Ari. Der Titelmasch. Dann geht es nee. ... ... ... ... ... ... Und dann haben wir Bilgewater, haben nur noch Juggernaut 2, aber haben halt noch eine Legendary Mare auf 2. Wo ist der Swain drin? Für Strayditch ist es 5, was ich auch ungern droppen würde irgendwie, ich finde das ganz cool. Aber das ist natürlich ein sehr schwacher Swain, das ist schon true. Okay. Maybe I regret doing that. Schwierig. Wir müssen so stellen, dass der Jarvan nicht auf Azir Arthrox Nasus jumpt. Es ist halt so schwer die Fights nacheinander zu vergleichen. Weil jeder Fight dann doch für sich sehr unterschiedlich ist eigentlich. Ich will eigentlich jetzt nicht auf ein Swain verzichten. Er ist einfach sehr tanky und ich habe keinen Dings. GP3 suchen. Ich kann das ganze Board sehen und dann GP3. Als wäre es vielleicht actually gewesen. Ich finde es immer so toll, aber es ist, glaube ich, einfach der Play. Okay. Oder wäre der Play gewesen? Ich finde es nicht gelöst. Oh mein Gott, was ein Roll. Habe ich nicht gelöst bekommen. Ich glaube die, ich dachte im F zählen, aber dann spiele ich mit einer Unit weniger. Das ist nicht so gut. Dann dachte ich Nasus zählen und Cassante kaufen. Und dann darüber schon mal zwei haben. Aber das ist schon meine wichtigste Unit. Aber der Velvet Roll holt mir, glaube ich, gerade die Runde. Oh, da wäre ich so pissed an seiner Stelle. Da kommt einfach Velvet Rapid Falconen, Infinity Edge, Hyrule, Thieves' Glove um die Ecke. Und gewinnt mir die Runde. Da war sehr, sehr lucky. Das war sehr, 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 sehr lucky. Aber bedeutet vor allem für uns die A1. Masternäher gekommen. Heute ein Insaner-Tag. Also heute war wirklich Win nach Win. Dann sollen wir uns angucken. Alright, das ist ein Small-Indie-Kompanie. Da kann ich Matches wieder brauchen. Wir sind jetzt erster, dritter, erster, 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 zweiter, dritter, dritter. Und das war gestern. Also da waren echt heute nur Top Fours. Viele Win. Und vor allem auch ein richtig geiler Banger. Auf jeden Fall zehn Units zu spielen ist nice. Mit Stranger Swim habe ich mir vielleicht hier und da ein bisschen die Hände gebrochen. Ich glaube, Beachwater 3 ist es nicht. Aber auf der anderen Seite hatte ich es am Ende dann geschenkt. Und Gangplank 2 macht halt schon viel einfach, weil da diese QSS gibt. Das darf man echt nicht unterraten. Ich denke, Beachwater 3 war sogar richtig. Juggernaut 4 hat sich allerdings stärker angefühlt als Valve F2. Und dann hat Valve F2 Rapid Falcon grollt und ist das Game gewonnen. Es ist manchmal irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn, ne? Aber sehr geile Runde. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Würde ich sogar als Superbanger nehmen. Bill Gates Level 10 Combo. Muss man ja auch mal mitnehmen. Ja, das waren weitere Superbanger. Schaut doch bitte gleich mal am Stream vorbei, wenn ihr auf YouTube seid. Freue ich mich. Link in der Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns morgen um 11 beim nächsten Banger. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.